Guten Abend liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem Cover von Max Giesinger, wenn sie tanzt, viel Spaß, Disclaimer. Ich ziehe keinleit kommerziell Nutzen aus diesem Video, mit diesem Video wird kein Geld verdient, viel Spaß. Eine ganz normale 50 Stunden Woche, heimkommen und erstmal für die gleichen kochen, ist für sie ja kein Problem, weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich wie es gelaufen wäre, ohne Kinder, selber laufen lernen, aber ihr Tag lässt keine Pause zu. Sie will träumen, macht die Augen zu und wenn sie tanzt, ist sie woanders, für den Moment dort wo sie will und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles so nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, trampt alleine durch Alaska, springt von Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles so nur für das Gefühl. Sie würde gern mal auf ein Date gehen, in ihrem Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich wie es gelaufen wäre, ohne Kinder, selber laufen lernen, sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut und wenn sie tanzt, ist sie woanders, für den Moment dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles so nur für das Gefühl. Dann geht sie barfuß in New York, trampt alleine durch Alaska, springt von Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, ist sie woanders. Da geht sie barfuß in New York, tremmt alleine durch Alaska, springt von Bali über Bord und taucht durch das blaue Wasser. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders, lässt alles los, nur für das Gefühl. Ja, das war es mit meinem Video. Du lasst dann nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt mich weiter. Ich würde mich über jeden Abonnenten freuen. Neuen Abonnenten freuen. Viel Spaß.